Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlichst in der Stadt Wien willkommen heißen. Mein Name ist Peter Hanke und ich bin zuständig für Wirtschaft, Internationales und Finanzen. Und es ist großartig, Sie in dieser Stadt, die zehnmal zur lebenswertesten gekrönt wurde, willkommen zu heißen. Und ich lade Sie ein, Ihre Geschäfte mit uns in Wien zu machen. Eine Stadt, die wirtschaftliche und politische Stabilität hat. Eine Stadt, die zwischen Ost und West und eine Verbindungsachse darstellt. Eine Stadt, die wie keine andere für Kunst und Kultur stellt. Und mit der Wirtschaftsagentur Wien einen starken Partner für jedes Wirtschaftsunternehmen aufweist. Wir informieren Sie gerne über all die Möglichkeiten, hier Ihr Business bestmöglich zu machen. Kommen Sie und schauen Sie sich das an.